Mein Name ist Martin Ösch, ich bin Leitertransport Region West von der Mittellandtransport. Ich habe 39 Fahrzeuge, wo ich verantwortlich bin. Der Mittellandtransport arbeitet seit 2011 mit Scania zusammen. Die Gründe dafür, dass wir mit Scania zusammenarbeiten, sind die Flexibilität der Werkstätten. Dass wir die Fahrzeuge dort hergeben können. Es ist immer kompetent, speditiv und sehr zuvorkommend. Die Sicherheit bei der Mittellandtransport ist sehr hochgeschrieben. Wir haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kopf bis Fuss ausgerüstet. Aber das gehört selbstverständlich auch dazu, dass Fahrzeuge einen hohen Sicherheitslevel haben. Sprich auch Airbags. Dass wenn mal jemand Pfecht hat und einen Ort in einen Auffahrunfall kommt. Damit wir die Personen so wenig möglich verletzen, am liebsten die Kennerverletzten. Weil ich bin immer froh, wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund haben können. Die Wirtschaftlichkeit ist bei der Mittellandtransport sehr hoch. Dadurch, dass wir 152 Fahrzeuge haben. Jeder Most, jeder Liter Treibstoff, den wir mehr verbrauchen, sind auch dementsprechend die Kosten sehr hoch. Und wir schätzen das unheimlich, wenn wir einen tiefen Treibstoffverbrauch haben. Denn das können wir auch Kosten sparen und das Geld wieder anders in neue Fahrzeuge investieren. Die Zukunft, Mittellandtransport aus Scania, hoffen wir, dass wir diese weiterführen können. Aber es steigt und fällt natürlich mit einer Investition, die wir tätigen dürfen. Wenn diese bewilliget wird, sollen wir uns das vorstellen. Für 2025 wäre es toll und schön für uns, dass Leitertransport wieder mit Fahrzeugen aus Scania unterwegs sein dürfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.